Miau! Ja hallo, zu einem neuen Teil vom Cat on a Diet. Wir wollen die Katze mal wieder ein bisschen messen. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch. Das hatten wir auch. Und jetzt sind wir in The Castle. Oh, irgendwie ist die langweiligste Katze. Da ziehen wir jetzt nochmal was an. I'm nearly calling this cool. Stop. Back. I'm done my mouse. Oh, Katze hat Hunger. Katze, drück den roten Knopf. Aber nicht doch ein Cookie. Aber mir erscheint ein schwarzes Loch oder ein Wurmloch oder... Weiß ich nicht. Irgendwas. Die Katze ist ganz verwundert. Ich glaube die Katze wird da reingezogen. Sind es Wecker? Das scheint eine Zeitreise zu sein. Die Zeit dreht sich zurück. Na da passt ja meine... Meine Kopfbedeckung. Und wir finden uns wieder im Mittelalter. Ja. Hab ich auch im Schwanz berührt? Die Musik ist auf jeden Fall besser als im Laboratorium. Ha 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 ha. Mein Grab mäßig. Ist das hier ein Wachstück geschnallt? Hm? Reicht das? Ja. Cookies! Mouse. Was ist das? Immer draufklicken. Okay. Ja. 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 Nein. Kann ich mir da holen? Dann hol ich halt erst mal das Kostum, wo ich es in dem esse. Wenn ich jetzt hier hoch... Äh, äh. ... Egal. Hauptsache geschafft. So viele Törtchen sind eh nicht gesund. Ich esse die bei Kekse. Ja, wo versteckt es sich denn? Da. Ja. Ach, es passt natürlich auch hier, so ein Rutte-Dings. Ja. Ein Dörtchen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Na, das hat nicht ganz gepasst. Na, der geht mir bis dahin. Die müssen richtig erwischen. Und dann geht er nach da, und dann nach da, und dann nach da, und dann nach da, und dann schieße ich, und dann fällt die Katze da rein. Die ist schon kugelrund. Ja, nicht erreicht. Was ist denn, wenn ich hier so ein bisschen muss abschneide? Genau. Cool ist. Was ist denn, wenn ich hier so ein bisschen muss abschneide? Ja. Ja. Na. Ja. 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 Oopsie! Was ist das hier? Ach, ich kann auch den Korb zersleischen Zer-slicen Ich muss das hier Ich muss das hier Ich muss das hier Ok wenn man alle drei hat ist es exzellent und wenn man dann noch runter dem links bleibt ist es super duppel. Ja wo ist er denn? Das war's für heute. Nym 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 Rookies New bonus level Zir The Da denk ich aber ganz schön in der Kurve Ich denk da bin ganz schön in der Kurve Okay das bringt ja nix, ich muss den da machen wir den da weg dann schneiden wir den durch und dann gibts noch mal ein woink 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 und dann noch ein woink 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 stopp ja nicht perfekt aber Hauptsache bestanden, ne? und dann wo hat er denn jetzt das kostuum? hmmm das ist da mein eigentlich würde ich nur ein Stückchen abschneiden dann haben wir die Katze da so drauf so und gib ihr ja ja und dann muss was aushalten wenn es richtig im Timing macht, dann kann man auch nach da oben das Ding da holen so jetzt muss der gleich hier landen ja 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 und schwung da rein Ich bin nicht so schön, aber das ist schon mal. Das lässt Lüster gelten, das ist aber gnädig. Ne, Level Failed. Lüster gelten, das lässt Lüster gelten. 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 Ich guck ob der da durchpasst Oder so, ne? So, ne? Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Hmm Bewege ich mich morgen noch? Es sei denn mit einem Bubble? Oopsie! Oh 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 Hm 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 und fragt da einfach ob ich was Neues will, dann soll ich dann holen Ja ja klar, du dich, musstest du da teilen Mein Schutzhelm Vielleicht tut es da nicht mehr ganz so weh, wenn er auf den Kopf fällt Ja eigentlich doch nur... Ich warte In Skärbchen Und selbst hier war ja nix mehr machen außer das Ding noch irgendwie Komm ich mit zwei Schnitten aus 好 还是 Ich schau! Ich bin mal gucken wo er zum stehen bekommt, ich hoffe ja mal hier kann das Ding auch durchrollen, hab ich auch nix dagegen na, hat zu Ende geschwabbelt NEIN, ich hab den Korb mit zerschnitten Aua 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Spanken. So, Ritter Kunibert. Ab ins Kekstöpfchen. Give me a hat. Kocko-kocko. Kocko-kocko. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay So 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 Now So 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 französisch katz oder sie du kannst hier die fit 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 wie heißen die dinge bleibt doch mal da die haus sieht auch nicht aus hier dr katz dr miau wir sind anonymos ich bin donald trump ach nee das sind tourbahn wie viel feuerwehrmann werden die 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 Hahahaha So war's das Elgato 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 Da muss ich auch aufpassen, dass du den Korb nicht kaputt machst, ne? Irgata Hä, man versucht es zu erreichen ist es gar nicht so einfach Määau! Ich höre dich zerschnitten. Jetzt gib dir mal was Mühe hier. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich zu viel. Ich höre dich zu viel. Dann muss man irgendwie versuchen in einem Ridsch durchzukommen. Wenn man's perfekt spielen. Ja, wo ist das denn jetzt da oben? Ja, wo ist das denn? Ja, wo ist das denn? Das ist eigentlich nicht so toll, wie komme ich denn da wieder raus? Ja, wo ist das denn? 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 OUCH! Guck mal, wie der schafft, bevor der wiederkommt. Ja, wo ist das denn? 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 Hm. Oh, ganz kaputt. Ach, das war eigentlich nicht meine Absicht. Ich wollte ein Stückchen lassen. Jetzt frage ich mich, wie ich jemals da runterheißen. Hm, ein Doppelkick. Autschie, den habe ich hier eigentlich noch nie benutzt. Ja, das war eigentlich nicht so, wie ich jetzt noch nie benutzt. Das war's für heute. Nooo! 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 Chwabu wabu wabu! D H Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast alle Level in dieser Raum geklärt. Aha, mal eine andere Dimension, irgendwas grünes... ...und der Professor nimmt Ihnen den Arm, sehend. Congratulations, you have completed the Story Mode! Thanks for playing! Was ist eigentlich mit dem Bonus-Dingern? Dimension Max! Bonus-Levels! Die machen wir beim nächsten Mal! Das soll's gewesen sein für den Teil! Wir sehen uns beim nächsten Teil! Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts! Macht's gut! Bis dann! Ciao, ciao!